In diesem Video habe ich erneut ein paar Airdrops für dich, die du nicht verpassen solltest, aber vorher möchte ich dir etwas Positives über die Besteuerung der Airdrops erzählen. Winheller, Rechtsanwälte und Steuerberater sagen dazu, im Rahmen eines Airdrops erhält der Nutzer Kryptowährungen, ohne diese angeschafft oder eine sonstige Leistung hierfür erbracht zu haben. Die Kryptowährungen werden nicht aus dem Rechtskreis eines Dritten auf den Nutzer übertragen. Vielmehr beginnen sie ihre Existenz überhaupt erst in dessen Vermögen. Die Kryptowährung entsteht direkt in den Wallets der Nutzer, wobei die Wallets bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Airdrops ehlen insofern einem Lottogewinn oder einem Zufallsfund. Mangels Anschaffungsvorgang kommt eine anschließende Veräußerung eine Besteuerung nach § 23 Absatz 1 Nummer 2 Einkommenssteuergesetz nicht in Betracht. Mangels Leistungserbringung seitens des Nutzers liegt auch keine sonstige Einkunft, insbesondere § 22 Nummer 3, vor. Damit ist der Verkauf von Airdrops steuerfrei. Und mit diesen guten Nachrichten starten wir doch direkt mal ins Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg. Der erste Airdrop in diesem Video bezieht sich auf Dragon War. Und das ist ein neues, rundenbasiertes Fantasy-Spiel, das auf Solana entwickelt wird. Um die bevorstehende Veröffentlichung zu feiern, hat Dragon Wars eine Airdrop-Kampagne angekündigt, bei der unter 1.000 Teilnehmern Token im Wert von 5.000 US-Dollar verlost werden. Du kannst einfach dem Airdrop-Guide folgen, den ich dir unten in die Videobeschreibung packen werde, um zu erfahren, wie du dir bis zum 19. Dezember eine Gewinnchance verdienen kannst. Der zweite Airdrop bezieht sich auf Swift Shootout, das ist eines der ersten Blockchain-basierten Battle-Royale-Shooter-Spiele, das es Millionen von Spielebegeisterten ermöglicht, gleichzeitig zu spielen und Geld zu verdienen. Zur Ankündigung ihres Starts verlosen sie 5.000 US-Dollar an 1.000 glückliche Gewinner. Melde dich hierfür einfach über ihr Formular an und erledige die einfachen sozialen Aufgaben, um bis zum 12. Januar 2022 eine Gewinnchance zu erhalten. Der nächste Airdrop bezieht sich auf Hot Air Finance. Das ist ein gerade gestarteter und gemeinschaftsbasierter DeFi-Token auf Solana. Mit einem neuartigen und täglichen Belohnungsmechanismus, der den Wert des HFA-Tokens steigern soll. Hot Air hat beschlossen, 75% seines Gesamtangebotes, das sind 75 Millionen HFA-Token, per Airdrop direkt an die Community abzugeben, bevor der Token am 1. Januar 2022 eingeführt wird. Fülle auch hier einfach das Airdrop-Formular von denen aus, um an der Aktion teilzunehmen. Tales of Chain ist ein NFT-basiertes Spiele-Universum, in dem du Monster sammeln, einzigartige Kartendecks zusammenstellen, Handel treiben und mit anderen Spielern in Schlachten mit speziellen Monster- und Artefaktkarten kämpfen kannst. Tales of Chain verlost insgesamt 1.500.000 Tail-Token in ihrem neuen Gewinnspiel. Melde dich für die Verlosung an und erledige diese einfachen sozialen Aufgaben, um Tickets zu verdienen. Insgesamt 500 Teilnehmer werden dann zufällig ausgewählt, um am 26. Dezember jeweils 3.000 Tail zu gewinnen. Der nächste Airdrop könnte für dich auch sehr interessant werden. Concordium hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, die weltweit führende, quelloffene, erlaubnisfreie und dezentrale Blockchain mit einer eingebauten Benutzer-Identität auf Protokoll-Ebene aufzubauen. Concordium unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ermöglicht das Unternehmen, die Macht der Blockchain-Technologie legal zu nutzen. Concordium verteilt bis zum 20. Dezember insgesamt 5 Millionen CCD-Token an Nutzer, die die App herunterladen, eine Identität erstellen und ihnen auf Twitter folgen. Kommen wir nun zum Airdrop von Hangry Animals. Das ist eine Sammlung von 11.111 generativen Kunstwerken, die Charaktere aus dem aufstrebenden Hangry Verse darstellen. Es gibt 5 Arten zu sammeln und beliebig viele Kombinationen, um die Sammlung von Tieren zu ergänzen. In der gesamten Sammlung gibt es eine Reihe von Ultra-, Super- und Rare-Collections und auch Generalarten, die die Nutzer besitzen können. Hangry Animals verlost ein NFT an jeweils 25 glückliche Teilnehmer. Melde dich dafür einfach an der Verlosung an und erfülle die einfachen sozialen Aufgaben, um die Chance zu haben, die Belohnungen vor dem 30. Dezember zu gewinnen. Ich wünsche dir ganz viel Glück und hoffe, dass du bei den genannten Airdrops gewinnst. Und falls du gewinnst, dann schreib das doch gerne unter die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und wenn du noch viele weitere wichtige Vorteile haben möchtest, dann schau noch auf meiner Patreon-Seite vorbei. Der Clip dazu mit den Details kommt nun. Und wenn du aus dem Krypto-Bereich deutlich mehr herausholen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, auf meiner Patreon-Seite vorbeizuschauen, denn dort erwartet dich ein wöchentlicher Bericht mit bevorstehenden Projektstarts mit Potenzial. Dann bist du bei so Brechern wie Solana von Anfang an mit dabei. Zudem stelle ich dir auch die besten kommenden NFT-Projekte vor. Dann kannst du nämlich investieren, bevor es die ganze Masse macht. Ebenso stelle ich dir noch sehr kleine Projekte unter 5 Millionen Market Cap vor mit enorm viel Wachstumspotenzial. Tipps und Tricks gibt es natürlich auch noch und auch Einsicht in mein eigenes Portfolio mit Kaufansagen. Das alles solltest du auf keinen Fall verpassen, der Link ist in der Videobeschreibung.